Willkommen zurück Freunde, wir schauen uns heute mal wieder was in Home Assistant an und zwar wie ihr eure Batterien und Akkus sehr genau tracken könnt und sogar überwachen könnt, wann ihr die zuletzt gewechselt habt. Ihr müsst euch auch keine Notizen mehr machen, was für eine Batterie eigentlich verbaut ist, weil all diese Informationen bekommt ihr direkt in Home Assistant angezeigt. Klingt gut? Sehe ich genauso. Let's go! Wir beginnen auf GitHub mit den Battery Nodes for Home Assistant, das ist nämlich die Integration oder App, die wir uns heute anschauen werden. Diese kann anhand eurer Geräte auch automatisch herausfinden, welche Batterie gerade verbaut ist, was sie braucht etc. Und natürlich haben wir sowieso immer über beispielsweise Zigbee die Batteriestände dabei. Und es gibt dann eben die Möglichkeit auch zu tracken, wann ihr die Batterie ausgetauscht habt, welchen Typ ihr habt, wenn die gering ist, ob man irgendwelche globalen Werte haben will, dass man sagt, okay, ab 20%, wenn nur noch 20% sind, möchte ich immer informiert werden. Ja und es gibt da einige mögliche Sachen, wie man hier schon sehen kann. So kann das Ganze dann aussehen bei irgendeinem Sensor jetzt als Beispiel. Wann wurde die zuletzt ausgetauscht? Das kann man dann selber quasi über einen Knopfdruck machen. Kann man aber auch automatisieren, das werden wir uns gleich anschauen. Dann sehen wir genau, okay, wir haben den Typ CR, diese Knopfbatterien 2450. Das heißt, wir müssen nicht noch gucken, wie wir da erstmal auseinander bauen und gucken oder googeln, sondern wir sehen direkt, alles klar, was haben wir denn da. Und halt noch einige andere Informationen, vielleicht auch noch die Temperatur oder so, aber ich glaube, die hat weniger damit zu tun. Ja und man sieht direkt, wenn es erkannt wurde, dann steht dann halt hier das unter Erkannt oder Discovered und dann kann man die halt mehr oder weniger hinzufügen. Das Ganze finden wir wie immer im Home Assistant Community Store. Da kann man einfach direkt nach Battery Notes suchen und hat dann die Möglichkeit, das als Integration hinzuzufügen. Das, was hier steht mit der Configuration YAML, das trifft eigentlich nicht mehr zu, weil wir können das über Integrations direkt handeln. Eine Dokumentation gibt es natürlich wie immer auch. Ich glaube, wenn wir da mal schauen, was haben wir da, dann sehen wir, was wir alles irgendwie machen können. Hier gibt es nämlich auch, die sind gleich noch wichtig, vielleicht schöne Templates, die wir nutzen können für die Automatisierung, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja und wie wir sehen können, kommt die Inspiration hier sogar von dem anderen Tool, was ich schon mal vorgestellt hatte. Und dementsprechend, ja, sieht man, man reicht sich bei Home Assistant immer schön die Hand. Der eine macht so, der andere macht so und so ist die Community halt sehr groß miteinander. Wenn wir das Ganze nun hinzufügen wollen, können wir natürlich hier auf diesen Home Assistant Community Store klicken. Können dann sagen, wir wollen die Battery Notes. Wir sehen schon. Er freut sich an enormer Beliebtheit, wenn wir das mal so schauen, anhand der Sterne und Downloads. Können wir hier draufklicken. Hätten dann normalerweise die Möglichkeit hier zu sagen, ich glaube, Integration hinzufügen, Repository hinzufügen. Ihr macht das dann. Hier steht am Ende dasselbe nur wie auf der Readme von GitHub. Ihr kennt das. So, könntet ihr das dann hier hinzufügen. Wenn ihr das getan habt, empfehle ich euch immer wieder, ihr müsst danach einmal hier in die Entwicklerwerkzeuge und neu starten. Nicht nur Konfigurationen neu laden, sondern wirklich neu starten. Das heißt hier, hier und dann hier drücken. Und dann ist das Ganze in Ordnung. Und dann könnt ihr natürlich unter Integrationen gehen und sagen, ich hätte gerne die Integration, die ich hinzufügen möchte. Das wäre in dem Fall die Battery Notes. Klickt dann hier drauf und würdet dann nochmal auf Device klicken, wenn ihr was hinzufügen wollt. Aber in dem Fall ist es gar nicht nötig meistens, weil wenn ihr das macht, also wenn ihr wahrscheinlich schon den Neustart gemacht habt, dann werdet ihr schon unter euren Benachrichtigungen sehen. New Devices discovered. Und dann habt ihr diese ganze Übersicht, wo dann auf einmal hier oben noch neue Geräte angezeigt werden, für irgendwelche Geräte, die ihr wahrscheinlich schon inkludiert habt. Irgendwelche Batteriegeräte, irgendwelche Sensoren, die halt von einem Akku abhängig sind. Und dann könnt ihr nämlich hier einfach in die Battery Notes gehen, wenn ihr das dann irgendwann mal habt. Dann habt ihr hier eure Geräte und bei mir sieht man schon alles mögliche, von Thermostaten bis Sensoren, bis einem Rollo, bis irgendeinem Dimmer. Es ist alles mögliche da. So und wenn wir jetzt dann beispielsweise auf diesen Fluor Wall Switch klicken von mir, dann sehen wir nämlich genau das, was wir gerade auch gesehen haben. Wir haben hier Batterieart, ist diese CR2450. Haben noch 60% darauf. Ich habe die noch nicht ersetzt, seitdem ich das hier alles habe, weil bis jetzt, seitdem ich den eingebaut habe, war der auch noch nie leer. Wir können dann hier jetzt zurückgehen, gucken wir uns vielleicht mal was anderes an. Ich glaube, der Kollege könnte sein. Genau, den hatte ich vor zwei Monaten ersetzt. Der hat dann diesen Typ und so weiter. Es ist halt sehr hilfreich, damit ihr direkt sehen könnt, okay, was ist eigentlich los oder was ist nicht los. So, das ist natürlich schön, dass wir sagen können, ey, ich habe die Batterie ersetzt und habe da einen Knopf, den ich drücken kann. Aber wir sind ja faul. Wir wollen das Ganze natürlich automatisieren. Aber wie machen wir das Ganze? Natürlich wollen wir auch schon direkt darüber informiert werden, wenn wir die Batterie auszutauschen haben. Das liegt natürlich an euch, dass ihr sagt, okay, ich mache das auf letzten Drücker, wenn noch 10% drin sind oder 5%. Aber gerade da unten bei diesen Schwellenwerten, da geht es dann schnell mal ein bisschen weiter runter. Würde ich vielleicht nicht empfehlen. Ich würde mich schon so ab spätestens 15% oder so informieren lassen. Ich mache es meistens ab 20%. Überbleibt natürlich jedem selbst, aber ist so meine Erfahrung und Empfehlung. Wenn wir dann nämlich hier in den Automatisierungen sind, haben wir nämlich einmal eine Automatisierung, die ich genannt habe, Batterie ersetzt und Battery Not Reported. Das ist nochmal was anderes. Diese Sachen basieren auf Blaupausen, die ihr direkt nutzen könnt. So, und das ist nämlich hier das ganz einfache. Ich mache nichts anderes wie Battery Not Replaced. So, und sage dann nochmal, ich schicke mir einfach eine Benachrichtigung. Ich sage, ey, die Batterie wurde jetzt gewechselt von für das und das. Fertig. Dann habe ich die Info, das hat geklappt, das hat er getriggert. Alles gut. Wir haben das nicht manuell gedrückt, aber wie funktioniert das Ganze denn? Das ist nämlich die Sache von dem Blueprint. Dafür haben wir diese schöne Seite hier mit dem Code. Wenn wir hier mal schauen, könnten wir glaube ich unter Configuration oder so. Nein, hier sieht alles gut aus. Man kann natürlich da Sachen einstellen. Aber ich glaube, ich gebe einfach mal der schnelle Alba Blueprints ein. Unter Community. Dann haben wir nämlich die Blueprints hier. Battery Threshold, Battery Replaced, Battery Not Reported. So, und da sind wir eben bei dem einen Battery Replaced. Wir können dann hier einfach sagen, wir werden das installieren. Und dann haben wir das Ganze. Weil wir sehen hier, dieser Blueprint wird automatisch, genau, den Batterie Replaced Sensor und alles aktualisieren, wenn sich die Batteriemenge, also die Ladekapazität der Batterie wieder erhöht. Das heißt, wenn er jetzt irgendwo mal auf 20% ist und ihr wechselt die jetzt, springt er ja auf 100. Die wird ja nicht mehr werden, out of nowhere. Wird ja immer nur weniger werden. Dann weiß er direkt, aha, die Batterie wurde getauscht. Also, wurde jetzt gerade Batterie getauscht. Datum wird vermerkt. Das wird, als wenn dieser Knopfdruck gemacht wird. Fertig. Super, easy zu machen. Und wie gesagt, das zu installieren geht sehr einfach. Ihr könnt dann einfach sagen, install Blueprint. Genau. Dann habt ihr hier diese Möglichkeit. Dann könnt ihr eure Instance URL angeben. Klickt dann einfach auf Open Link und könnt dann diese Blaupause importieren. Könnt nochmal auf Vorschau gehen. Bei mir geht das jetzt nicht, weil ich habe diese Blaupause bereits. Könntet ihr jetzt überschreiben, aber ist halt Quatsch. So, wenn wir jetzt mal zurückgehen. Können wir das Ganze natürlich auch hier für Battery Not Reported machen. Beispielsweise eben, wenn aus irgendeinem Grund die Batterie keine Rückmeldung mehr gibt. Könnte natürlich sein, weil die schon komplett leer ist. Das ist ja eine Möglichkeit. Oder es gibt irgendein Konnektivitätsproblem. Warum auch immer. Dann könnt ihr euch ebenfalls informieren lassen. Das war nämlich das, was ich hier auch ebenfalls hatte. Nämlich Battery Not Reported. Auch wieder super easy. Ihr könnt dabei auch Geräte exkludieren und sagen, nee, der fällt mir häufiger aus. Der macht immer Faxen oder wie ich. Ich habe hier einen Sensor, der ist zwar aktiv und auch verbunden, aber er heißt nicht umsonst unused. Ich habe keine Verwendung für den. Der liegt in der Schublade. Zum Beispiel, ob der jetzt nicht reportet oder nicht, wäre mir in dem Fall vollkommen egal. Aber, naja. Dann kann man den halt ausschließen. Genauso könnt ihr natürlich irgendwelche Actions machen. Also ihr könnt dann sagen, es macht keinen Sinn, aber Batterie wurde nicht reportet, deshalb schaltet ihr die Alarmanlage ein. Macht überhaupt keinen Sinn. Könnt ihr aber machen. Und genauso haben wir dann noch die Variante, die habe ich, ich glaube über einen anderen Blueprint oder selber gemacht. Ich glaube über den anderen Blueprint gibt es diesen Battery Fresh Hold. Das ist nämlich genau das. Wenn ihr sagt, ey, 20% oder so sollen installiert werden, dann können wir uns mal einmal anschauen, weil ich habe den glaube ich nicht. Können wir einmal zusammen gerne machen. Ähm, wir haben den doch hier Battery Fresh Hold. Genau. Dann kriegen wir eine persistente Notification, würden wir dann hier bekommen. Also ihr kennt das ja über die Benachrichtigung, dann bleibt die für immer da. Und wir können die halt dann, die wird dann auch wieder dann entfernt, wenn die Batterie keinen, nicht mehr unter diesem Fresh Hold ist. Hier können wir natürlich auch wieder Sachen exkludieren. Und genauso können wir natürlich sagen, was soll passieren, wenn eben die Batterie low ist, sollen wir irgendwelche Informationen nochmal direkt kriegen, wie sollen wir informiert werden. Genau. Also das würde in dem Fall gehen, aber ich finde tatsächlich, es gibt einfach noch bessere Automatisierung in der Hinsicht. Ich habe nämlich hier die Blaupause, die heißt irgendwie Low Battery Level Detection und Notification for All Battery Sensors. Die läuft bei mir jeden Morgen um 10 Uhr. Ich sage, das soll dann immer genau getriggert werden, wenn ein Gerät unter 20% oder ich glaube genau 20% ist, exkludieren natürlich ein paar Sachen davon, wie irgendwelche Handys, weil das macht keinen Sinn. Ich möchte nicht darüber informiert werden, wenn mein Handy zu wenig Batterie hat, das ist mir wurscht und kann mich dann natürlich auch dementsprechend informieren lassen. Das fand ich persönlich etwas besser als das, also von den Konfigurationsmöglichkeiten, als das, was wir gerade gesehen haben. Aber insgesamt habt ihr die Möglichkeiten schon gesehen und genauso funktioniert das Ganze auch. Und ihr habt immer eine Information darüber, wie genau der Batteriestand von irgendeinem Sensor, von irgendeinem Gerät ist und könnt sogar auch sehen, welche Batterie verbaut ist. Und das Ganze wird fast zu 90%. Ihr könnt natürlich manuell auch Sachen, wie wir gerade noch gesehen hatten, so da machen, dass wir sehen hier, ihr könnt selber Device oder Entity, ihr könnt irgendwas hinzufügen, basierend auf irgendwas, wenn es das noch nicht gibt, wenn er das selber nicht gerafft hat. Aber meistens weiß er das schon. Zum Beispiel hierbei, macht natürlich auch keinen Sinn. Er hat es erkannt, bei Roborock oder so, aber natürlich steht jetzt hier nicht bei, bei diesem Roborock, dass wir irgendeine Batterie haben. Weil es ist ja einfach irgendein Akku, den könnt ihr eh nicht ausbauen, das könnt ihr vergessen. Aber so habt ihr trotzdem Informationen darüber. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Davon gehe ich jedenfalls schwerstens aus und würde mich natürlich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr ein Like da lasst, kommentiert gerne, was würdet ihr als nächstes sehen. Und ansonsten, sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.